So, jetzt bist du schon ein Weilchen dabei, aber machst du deine Übung auch wirklich richtig? Das kontrollieren wir jetzt mal gemeinsam. No Bullshit. So, um festzustellen, ob unser No Bullshit-Programm auch wirklich was bringt, möchte ich dir jetzt hier eine kleine Abnahmetechnik mit in die Hand geben, die du bitte einmal im Monat umsetzt, um festzustellen, wie sich deine Leistung nach oben geboostet hat. Und das stellen wir fest, indem wir folgende Übungen 12 Minuten lang umsetzen. Wir machen 5 Klimmzüge, gehen dann runter, machen 10 Liegestütze, stehen dann auf und machen 15 Kniebeuge. 12 Minuten lang. Und dann kannst du hinterher zählen, wie viele Runden du geschafft hast in den 12 Minuten. Und wenn du das einmal im Monat machst, können wir halt über die nächsten Monate hin feststellen, wie sich deine Entwicklungskurve nach oben steigert. Coole Sache, oder? Legen wir gleich los. Legen wir gleich los. So, eine Runde. Und davon machst du so viele, wie du kannst, 12 Minuten, dokumentierst das und vergleichst, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt. Wir sehen uns ganz oben. Und übrigens, deine Ergebnisse will ich hier unter den Kommentaren sehen. No Bullshit. Siehst durch. Musik. Siehst du. Bis zum nächsten Mal.